Es war über ein Jahrzehnt, in dem die vier Schweden durch die ganze Welt reisten und ein Millionenpublikum für sich begeisterten. Wir möchten diesen Moment, da die Show sich ganz, ganz rasant dem Ende zuneigt, nutzen, um uns bei ABBA für diese wundervolle, für diese tolle Musik zu bedanken. Denn ohne diese Musik hätten wir Abende wie diese hier mit euch Rostock nicht gehabt. Ja, aber es gibt natürlich noch jemanden, bei dem wir uns bedanken möchten. Das seid natürlich ihr. Danke, dass ihr da wart. Ihr wart wirklich super. Es hat riesig viel Spaß gemacht. Und danke natürlich an alle, die diesen tollen Tag hier möglich gemacht haben. Es war super, super schön und wir hoffen, dass wir uns irgendwann, dass wir euch und irgendwann mal wiedersehen werden. Dankeschön. Erhebt euch das doch auf. Der kommt ja in jedem Fall noch. Vielleicht ahnt ihr es schon. Wenn wir vom großen Dankeschön sprechen, dann singen wir jetzt auch die Hymne aller ABBA-Hymnen. Hier ist Thank You for the Music. I'm nothing special, but it's not a bit of a war. If I tell it to, you've probably heard it before. But I have a talent to walk for thee. Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful, but all I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy that I'm bringing. Who can live without me? Who can live without it? I ask in all honesty, what will I be? Without a song, where there's what I'll be. So I say thank you for the music, for giving it to me. If I tell it to be, I guess I'll be. It's so good! Mother says I was a dancer before I controlled. It's so good! Mother says I was a dancer before I controlled. She says I begin, to sing a song before I controlled. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020